Schön, dass ihr wieder da seid bei Gochseblatt mit Franz Van Vell. Ich werde euch heute wieder einen Begriff nennen in Gocherblatt und ihr müsst dann raten, um was es geht. Auch wiederum gibt es heute einen schönen Preis zu gewinnen und was es zu gewinnen gibt, das seht ihr jetzt. Kennt ihr den Gocher Street Food Frühling, Caravan Country oder den Rathaus Adventskalender? Unter anderem mit diesen Veranstaltungen begleitet euch das Gocher Stadtmarketing durch das Jahr. Und wenn die Corona-Pandemie im Griff ist, freuen wir uns sehr, euch wieder hier zu begrüßen zu dürfen. Heute schenkt euch das Gocher Stadtmarketing einen Werbering-Gutschein im Wert von 50 Euro. Wir wünschen viel Glück. Heute beschäftigen wir uns mit dem Begriff Seigstort. Was ist ein Seigstort? Es gibt reiche Menschen, es gibt arme Menschen, es gibt Menschen, die spendabel sind, es gibt Menschen, die weniger spendabel sind. Und bei einem dieser Menschen sagt man auf Blatt, das ist ein alter Seigstort. Und jetzt frage ich euch, was ist ein Seigstort? Schreibt bitte eure Antwort in euren Kommentar. Und hierzu wünsche ich euch viel Glück. Und hierzu wünsche ich euch, was ist ein Seigstort. Und hierzu wünsche ich euch, was ist ein Seigstort. Und hierzu wünsche ich euch, was ist ein Seigstort. Und hierzu wünsche ich euch, was ist ein Seigstort. Und hierzu wünsche ich euch, was ist ein Seigstort. Und hierzu wünsche ich euch, was ist ein Seigstort. Und hierzu wünsche ich euch, was ist ein Seigstort. Und hierzu wünsche ich euch, was ist ein Seigstort. Und hierzu wünsche ich euch, was ist ein Seigstort. Und hierzu wünsche ich euch, was ist ein Seigstort. Und hierzu wünsche ich euch, was ist ein Seigstort. Und hierzu wünsche ich euch, was ist ein Seigstort. Vielen Dank.